So und da sind wir wieder in der letzten Folge, da hatte ich irgendeinen Fail. Keine Ahnung. Ja, natürlich. Weißt du es doch alles? Weißt du auch alles? Ja, Gandalf. Soll ich euch mal sagen, wo die echte Kiste ist? Die richtige? Wo? In der Kiste? Die ist da, wo die anderen zwei Kisten waren, oben drauf. Ah. Sag ich doch, in der Kiste. Da sind auch, da ist auch der Diamant, den ich mir jetzt snacken will. Weil Diamanten auch zu schmecken. Wir können ja am Ende mal gucken, wer von uns mehr Diamanten hat. Ich hab einen. Ja, ja, siehst du. Ja, ich hab einen, ne? Und es gibt insgesamt 16, oder? Wegen 16 Level. Stimmt. Wie viel hast du? Hm? Ich hab 8. Sonst, der bewegt sich einfach mal nicht. Ich kann den ganzen Weg neu laufen. Nett. Du weißt schon, dass da eine Platte war, der denn... Ja, da bin ich doch grad draufgegangen. Lass mich ausreden! Du sollst ihn ausreden lassen. Genau. Ich find's komisch, dass die Ziegelsteinblöcke aus Ziegelsteinen bestehen. Wie willst du die dann sonst nachstellen? Ja, aber ich mein doch, wenn du dir einen großen holst, dann sind da doch nicht so viele kleine drin. Och, hallo, Minecraft-Logik? Ne, guck da rein! Jumpe und kriege keinen Fall schaden, weil ich dauernd dir der Tasse drück. Ist das echt? Ja, wenn du Regenerations-Boost hast und Sprungkraft? Könnte klappen. Dann bekommst du dann... Also ich bekomm damit nur immer nur ein halbes Herz. Manchmal gar keines. Ich bau dich gefälligst auf. Jump'n'Run. Döds Teil. Jump'n'Run. Scheiße! Wisst ihr was? Ich leg mir mal ein paar von den Regenerationstränken in die Enderkiste. Wofür brauchst du Regeneration? Keine Ahnung. Vielleicht können wir sie später nochmal gebrauchen. Was hat mich da grad geschlagen? Guck dir den Chat. Stehst du zufällig in der Luft? Ich? Nö, du? Weil das immer trifft, während ich gerade hier runterfliege. Genau, wenn ich da schon ein paar Meter entfernt bin. Oh Gott, ich hab keine Nachtsicht. Obwohl du ja gar nicht in meiner Nähe bist. Und auch gar nicht sein. Ja, ja, ja. Ohne zu fliegen. Sorgeschaft. Du hast es nicht geschafft. Ich töte dich jetzt und dann bist du wieder oben am Spongebot. Alter, ist ja so. Tja. Was ist hier? Er wollte mich töten. Ich bin aber schon abgehauen. Ja. Was ist das? Das hat er gebaut. Das ist ein schönes Teil. Was auch immer es ist. Ich bin besser als seine Brücke hier. Was auch immer das sein soll. Ausbesserung der Strecke. Hoffentlich zu schlagen. Bin ich nicht einmal geschlagen. Ich seh ihn nicht mal. Ich seh mich auch nicht. Oh Gott. Wart bei euch der Level auch erst so im Fallen auf? Nö. Doch. Danke, ich sag, jetzt schaffe ich das. Wenn ihr mich boostet, schaffe ich das nie. Aber allein schaffe ich das besser als ihr. Oh, jetzt hast du auch über 100 Fels und ich nicht. Oh. Ungehut. Was hat das jetzt wieder mit Loop zu tun? Ja, das hast du auch gesagt. Wann hab ich das gesagt? Immer. Genau, ploppte einfach mal so einen Mauszeiger auf oder was auch immer. Nein, nein, nein. Ich spawne jetzt wieder oben. Oh, ich darf halt schon grad sagen. Ich spawne jetzt wieder oben. Ausgerastet. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich muss euch immer schlagen, wenn ich euch sehe. So, ich hab noch einen Diamanten. Angeber. Das ist kein Angeber, das ist wütend sein. Brauchst gar nicht mehr nach einem Diamanten suchen, ich hab den schon. Ja. Ich will aber trotzdem den schwarzen Knopf. Oh, scheiße, jetzt kriegst du ihn. Genau, ich renne einfach noch ins Wasser rein, obwohl ich schon tot bin. So, ich stehe mich jetzt hier oben. Oh. Boah. Ich sag, jetzt stehe ich mich da oben hin und dann falle ich runter. So, jetzt aber. Sag, jetzt stehe ich hier oben. Und guckst du, wie er runterfällt. Und da spawnt er. Und da fällt er. Und ich klatsche neben mir. Fast auf. Komme ich hier auch zu dir hoch. Kurzsache, da kommt dann so ein riesiger Leck, der dich dann stehen bleibt. In der Luft. Wo genau bist du? Ich bin beim vorletzten von unten, also beim zweiten von oben. Da kommt er schon. Hui. Ich lande drin, bin tot. Jetzt muss man nach oben gucken. Da wird er geported. Und da fällt er. Okay, komm, ich stelle ihn jetzt hierhin, sodass er uns schlagen könnte, wenn er es geschafft. Okay. Oder mit dem Bogen abschießen, das würde auch gut kommen. Spontanen Bogen haben. Da wird er gespottet. Boah, ich sehe schon wieder nichts. Oh. Scheiße. Tu mal meine Tastatur. Ich wusste es. Ich hatte noch nichts vor. Ja. Das hat geklappt. Töte ihn. Ich hab dich geschlagen. Nein, hast du nicht. Das sah nur voll so aus gerade. Das sah gerade voll aus, als würdest du mich voll aus der Bahn werfen wollen. Einfach so rüberspringen und ihn wegwerfen. Oh, das versuche ich jetzt. Ja, komm. Ich lande eh immer nur auf dem scheiß Mauszeiger. Das war da daneben. Ey, wieso kann ich mich nicht wiederbeleben? Das habe ich die ganze Zeit. So, jetzt. Das ist nicht mal so schlimm wie Matrix. Matrix war schlimmer. Ja, sag ich doch. Das ist nicht mal so schlimm wie Matrix. Matrix war schlimmer. Ja, Junge. Was ist das? Läuft. Das sah gerade aus, als wenn du fliegen würdest. Boah, ich will dich auffangen. Komm schon, du schaffst das. Ich lande jetzt einfach mal extra in der Mitte. Bam, bam, bam. Aua. Ich wurde von einer unsichtbaren Wand getötet. Klatsch neben mir auf, kein Ding. Ich stehe in der Mitte, bin tot. Okay. Ja, baue dich erst mal auf. Du bist genau in die Mitte gefallen. Soll ich das mal abbauen, damit du da durchfallen kannst? Egal, wo du stehst. Nein, das ist nicht regelkonform. Ja. Guck mal auf, die Fails. Er hat 80 Fails mehr als du. Und du hast eiskalt 88. Er steht gleich ab Anfang gestorben, ist Karl-Riefer zum zweiten. So schön kann das auch nicht sein. Der Typ, der freut sich besser zu sein als ein Behinderter. Tötet ihn. Tötet ihn. Ich hab mich gleich mit dem Stick. Mit dem Stick. Du klatschst hier genau neben mir auf und stirbst. Was, das mach ich jetzt. Hab mir so viel Holz. Das ist auch Sticks. Ja. Mach dir ne Werkbank und... Keine Ahnung. Weißt du, was ich mir grad mach? Mach dir ne Werkbank und keine Ahnung. Ich hab mir grad ne Werkbank gemacht und hab mir jetzt Holzdurls gemacht. Rat mal welche. Holzschwert. Und? Holzschwert. Aber wofür brauchst du ein Holzschwert? Du hast doch ein Diaschwert. Ja, das ist weggegangen. Das ist einfach weggegangen. Das wollte nichts mehr mit dir zu tun haben. Naja, unser Inventor wird hier wohl mehrmals gekleert. Äh, eigentlich ja nicht. Sonst hätte ich nicht mehr diese Sticks. Du, das Inventor wird gekleert, sobald du durch die Welt failst. Ja. Bin ich ja auch mehrmals in dieser einen Ding. Alter, so schwer kann das doch nicht sein. Nein, du hast fast 200 Fails. Ich versuch mich grad hier ein bisschen aus der Map zu glitschen. Und dann werde ich die Legende. Und das ploppt einfach auf. Nein. Und dann stehst du auf der Hall of Fame für die meisten Fails. Ja. Ich schaff das heute noch. Was? Ich versuch mich grad hier aus der Map zu glitschen. Achso. Ich gehe lieber weiter zu, wie er ist verkackt. Guck mal, der wartet wenigstens auf mich. Der jubelt mir zu. Wuhu! Siehst du? Er ist wenigstens ein toller Freund, der mich beleidigt. Optimaler Freund. Also, es ist positiv. Wenigstens wollte ich jetzt nicht meinen. Der esse, raus und spiele Pokémon. Los, da schaust du. Los. Wuhu. Wuhu. Los, komm schon. Oh, er ist tot. Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Wieso zeigen die mir nicht gleich diese Ecke hier? Ist doch viel einfacher als... Äh, kann ich mir den Popschutz genießen. Aber ekelig. Wie nervig das ist, wie ich immer im Wasser bin und dann sterbe. Los, komm schon. Das schaffst du. Los. Oh, der spielt wenigstens nicht Nintendo DS, sondern, ja, Game Boy, ne? Oh, jetzt stirbst du schon wieder. Frage weiter, geh den Knopf. Welchen Knopf? Den Knopf. Los, was schaffst du? Hab dich geschlagen? Du hast mich grad extra hier weggekickt. Ich habe doch grad fast gehabt. Du hörst dich an, wie Affe. Erkennt ihr das Video Affe fickt Frosch? Was? Affe fickt Frau? Affe fickt Frosch. Was? Warum? Ne, ne, nicht wirklich. Ich kenn nur Affe fickt Frau. Ich krieg gleich mal einen Knick. Warum ist Frau? Geil. Ich lach mich immer schlapp. Ich lach mich immer schlapp. Ja, hallo. Ist doch ihr Fetisch. Alter, ich muss so lachen. So geil. Ist doch auch saurwitzig. Wisst ihr, was das Beste ist? Weil mein Gamer zu leise ist, hört ihr den gar nicht, wenn ich nicht rede. Ich hab euch mal was über GameSpiel gesendet. Mal gucken. Habt ihr aber schon, ne? Ja. Ja. Hat er sich geholt. Ja, äh... Ich warte mal. Brauchst du noch ein bisschen? Oder bist du schon fertig? Er hat's geschafft! Oh! Oh mein Gott! Dann mach ich Cashflow-Banner wieder aus. First try. Wat zur Hölle? Warum schickst du mir sowas? Was ist das da hinten? Was wo hinten? Du Arschloch! Ja? Du hast wahrscheinlich den Jump nicht beim First try geschafft, du. Hm? Hey, was machst du denn gerade? Nee, du stehst hier nur eben in Moria. Ach, ihr seid in Moria schon drin, Mann! Ich warte! Also, ich versuch grad mich hier halt die ganze Zeit hier in Moria aus der Map zu glitchen. Mach das doch so, wie ich das mach. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab' mir gedacht, wo ist das? Oh, Mann! Ich wollt' mir doch einfach nur... Ich bin sicher, der Sprung von hier da vorne auf die Kante ist möglich. Willst du's ausprobieren? Ich land' einfach mal einen Block neben den Spinnenweben. Ja, ich bin genau drauf gelandet. Wurde ihr auch hier wieder hingebohrtet, oder wie? Das steht bei mir nicht, scheiße. Ja, und ich hab' die Endertruhe. Läuft, ich land' genau drauf! Du, kommst hier nicht vorbei! So, jetzt hab' ich auch den scheiß Spawn hier. Hashtag Pissar. Hashtag Geidon. Ihr wisst aber schon, dass dort der Kürbis ist, ne? Wo? Nicht dort, wo ihr seid. Äh, ja, hier gibt's nur zu Endertest. Achso! Da, das Ding. Wut? Ach, scheiße. Was ist dann eigentlich hier? Hier ist ja auch ein Loch. Ich schaffe es nicht da hoch. Dort hinten ist noch ein Loch. Sag mal, warum hab' ich keine Buffs mehr? Ja. Du hast mir grad geholfen, hier runter zu fallen. Dankeschön. Und weißt du was? Ich lebe noch! Oh, nee. Aber unter mir ist kein Boden. Und ich fall' auch nicht mehr weiter. Seht ihr, wo ich bin? Äh, jetzt bin ich runter gefallen. Hab' ich dich jetzt mit runter gerissen? Ja. Ich steh' nämlich jetzt schon wieder unter den Teilen. Oh, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang gespawnt. Ich bin jetzt beim zweiten und bin durch. Ich hab' keinen Nightwish und ich kann da unten nichts sehen. Ich seh' alles. Ich warte jetzt nur auf euch. Alter! Das ist klar. Damit ich weiterkomme. So. Es ist bei mir nicht aufgebaut. Hauptsache ich land' immer dort runter. Okay, jetzt bin ich vielleicht nicht drunter gelandet. Die ersten beiden sind einfach. Mhm. Der dritte, da muss mal ein bisschen links nach unten. Und wo gehst du mit nem Kürbis hin, hä? Genau, ich sterb einfach mal, während ich weitergeportet werde. Obwohl ich gar nicht getroffen wurde von irgendwas. Oh, meine Nightwishen ist weg. Ja, meine auch. Da musst du doch mal... Musst dann, glaub ich, nochmal irgendwie auf dem Spawn-Ding drauf. Hab ich grad probiert, funktioniert nicht. Mann, ich weiß auch nicht mal, wo ihr seid. Ich bin am Ziel. Ich bin auch am Ziel. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Also ich geh' da jetzt hin auf den, äh... Auf die Insel, wo er ist. Oh, gibt noch nen Tweet. Ach, Gnubbel. Interessiert doch keinen. Woher hast du das Schwert? Das ist ein Stick. Das ist ein Stick. Den Stick? Genau genommen sind's zwei. Hier hast du einen. Alter, nein! Nicht sein Ernst, jetzt wird hier diese Falle angestellt. Ich will ein Duell mit unseren Sticks. NEIN! Du hast ein Schwert. Cheater. Woher soll er denn bitte ein Schwert haben? Okay, das sieht echt aus wie ein Schwert. Ja, das ist nur ein Stick. Und ich find das blöd, dass ich immer weggekickt werde. Es baut sich bei mir nicht auf! Nee, bei mir auch nicht. Oh, hallo. Hi, Esther. Na, wollt ihr mal einen richtigen Kampf haben? Nö, da werd ich eh nur weggekickt und zieh dir eh nix ab. Game over. Game over. Pac-Man. Die Zeit habt ihr gar nicht erlebt. Und jetzt kommt mein Schwert! Tschüss! Ja. Und die Tür ist auf, ganz hinten. Irgendwie war da unten nichts. Also haben wir alle? Ja, wir haben alle Diamanten. Die hinten ist auf. Ich bin gar nicht dran eh, ne? Den Extran der Willen mit den zwei. Ich kick dich da rüber. Willst du? Willst du Stress? Hm? Ich hab'n Schwert und du? Hm? Was ist das? Ach so geil. Wir schocken! Hm? Hm? Wieso schwimmt da ein Kuchen lang? Minecraft? Der ist angebissen. Das ist Minecraft. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf Kuchen. Warte, das guck ich mir jetzt mal an. Das guck ich mir jetzt an. Äh, wollen wir für die nächsten Level, äh, einen Zusatzpart machen? Ich gucke mich mal wieder hoch. Oh, hier. Komm mal, Glöcke. Oh. Warte, ich schlag dich hoch. Wirst du für die nächsten Level ein Zusatzpart machen? Ist doch egal. Kannst du mich mal bitte erschlagen? Hochwahlzeit. Nein. Erschlag du mich doch. Oh, hast recht. So, geht's viel einfacher. Kannst du mich mal bitte? Ich nutze gerade Steuerung Q. Steuerung Q? Ja. Kommt mal wieder hoch. Steuerung Q? Da werfe ich nur was weg. Da kann man seinen ganzen, äh, 64er Stack wegwerfen. Geht bei mir nicht. Steuerung. Geht bei mir nicht. Unterschrift. Steuern plus Q. Dann schmeiß ich nur die einzelnen Sachen raus. Die musst du auch gesteckt haben. Die hab ich ja. Also bei mir klappt das. Und ich gehe jetzt rein. Okay, ich auch. Ich mach das erst in der nächsten Folge. Ciao.